Wenn ich da hingehe, dann sind da nur Berater und dann kriege ich 15 Visitenkarten und dann nachher habe ich eigentlich immer über das geredet, was eigentlich wichtig ist, nämlich das Überleben als Gründer. Ja, aber das hat heute Abend ganz gut geklappt und dementsprechend ein ganz großes Dankeschön von mir. Wir wollen das so weiterführen, dementsprechend wenn euch heute Abend irgendwas echt an die Karren gefahren ist, wenn ihr gesagt habt, okay, jetzt habe ich zwei Stunden mir von jemandem vorkauen lassen, der mir einfach nur was verkaufen wollte. Ja, schreibt mir mal eine Menge, jetzt kriegen wir das nächste Mal. Gut, wir veranstalten dann einen Pranger. Also, ich tue mir ein bisschen schwer, euch einen anzuschauen, weil da ist so ein Licht. Ich sehe das weiße Licht. Es geht darum, wir haben in der Bundesszene in Frankfurt jetzt schon einiges bewegt. Es gab tolle Veranstaltungen und es gibt jetzt unter der ganz tollen Domain Gründer.de einen Eventkalender. Da seht ihr jeden Quatsch, den es in Frankfurt zum Thema Gründung gibt. Also seht ihr wirklich jede Veranstaltung und dann fällt euch plötzlich auf, hey Moment, es ist nicht nur Berlin, ist in jedem Abend irgendwas passiert, bei uns auch. Du kannst jeden Abend irgendwo hingehen. Die ganze Woche, jeden Tag ist irgendwas. Ich war richtig stunned, als ich das erst mal so vor mir gesehen habe. Also Gründer habt ihr eh erst mal für den Eventkalender, aber Zukunft wird zu größer werden, zueinander haben. Für uns wichtig heute Abend ist, dass wir nochmal beweisen, die Gründerszene in Frankfurt ist groß, existiert. Das haben wir getan. Jetzt hat die Gründerszene uns zu Hause. Ich möchte euch ein paar von hier häufiger treffen im Service. Auch nochmal nichts veranstalten. Ganz einfach, damit man weiß, okay, da haben wir eine Location, da gehen wir hin, da ist immer jemand da. Das ist mir ganz wichtig und ich denke, das ist für das Ökosystem, ein Gründer-Gründerszene in Rhein-Main sehr wichtig. Und ich denke, das wären auch unkriegen. Vor allem die Location ist für uns kostenlos. Ich habe nicht bezahlt, was sie veranstalten können. Deswegen nochmal bitte einen ganz großen Applaus an Mike. Auch nicht, ja. Ja, vielleicht bezahle ich nach meinem Leben. Schauen wir mal. Also, ich habe jetzt noch zwei Veranstaltungen, die ich ankündigen will. Die kommen von Leuten, die meistens von euch weniger kennen. Das sind die Internationalen. Das sind meistens Expatriates. Leute, die Englisch sprechen vornehmlich und die so ein bisschen in der Parallelgesellschaft zwischen uns leben. Weil sie wenig auf deutschsprachige Veranstaltungen gehen und die sind halt nicht treffen. Mein Freund Jonathan Lugo, der viele Veranstaltungen für die veranstaltet, meinte, wir müssen diese Grenzen brechen. Und dementsprechend wollte ich für die zwei Veranstaltungen ankündigen.